Herzlich Willkommen zum Enjoy-This-Life-Podcast Spirit Rebel, dem Podcast für mehr Lebensfreude und bodenständige Spiritualität. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Pascal Foggenhuber. Heute geht es um ein Thema, das auf Instagram heisst, diskutiert wurde, wo mir auch in Seminaren immer wieder dieselbe Frage gestellt wird und zwar mich fragen immer ganz viele, hey Pascal, du bist doch Medium, stehst in Kontakt mit Verstorbenen, wie sieht denn das aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe, sagst du ja, du triffst auf alle Menschen, auf alle Freunde, die du im Leben kennengelernt hast, die auch schon gestorben sind, also man trifft sich wieder in der geistigen Welt. Wie sieht denn das aus? Treffe ich auch meinen Ex-Partner wieder? Was ist, wenn ich gewisse Menschen nicht mehr sehen möchte? Ja, wie sieht das Ganze aus? Falls dich dieses Thema interessiert, ob du auch all die Menschen wieder triffst, wo du jetzt nicht in Harmonie bist, ob du das dann im Jenseits mit denen noch klären musst, ob du vielleicht mit deinem Ex-Mann oder deiner Ex-Frau nochmals an einem Tisch sitzen musst und all die Dinge anschauen. Falls dich das interessiert, dann bleib jetzt dran und lass uns beginnen mit der neuen Podcast-Folge. Okay, wie sieht denn das aus? Ja, es ist wirklich so, dass wenn wir sterben und in die geistige Welt gehen, dann ist es wirklich so, dass wir abgeholt werden von Verstorbenen, die vor uns gegangen sind. Das ist nicht nur etwas, was ich jetzt als Medium erzähle, wenn du Ärzte kennst oder Krankenschwestern oder vielleicht selber sogar Krankenschwester oder Arzt bist oder in einem Altersheim oder Pflegheim arbeitest. Dann wirst du es bestimmt auch schon mal bemerkt haben, dass es ganz viele Menschen gibt, die im Sterben liegen und die dann zum Beispiel sagen, meine Mutter, die gestorben ist, ist da und holt mich jetzt ab oder mein Vater oder dass sie plötzlich wieder, ja, verstorbene Verwandten sehen, die im Raum sind und die quasi sie abholen für in die geistige Welt. Und natürlich viele Menschen, die an ein Leben nach dem Tod oder die an ein Leben nach dem Tod glauben und ich denke mal, dass du dir meinen Podcast anhörst, gehörst du bestimmt auch zu den Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben oder die es immerhin für möglich halten, sonst würdest du wahrscheinlich nicht unbedingt meinem Podcast folgen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und ich weiß auch durch unzählige Sitzungen, dass man wirklich auf Verwandte, die vor uns gegangen sind, ja, sogar auf seine Haustiere wieder trifft im Jenseits und dass man wieder mit denen zusammen ist. Wenn du die vergangenen Folgen zum Teil dir schon angehört hast, da bin ich ja in der einen oder anderen Folge auch schon auf das Thema Tod und Sterben eingegangen. Und natürlich stellt sich dann für viele die Frage, ja, aber wie ist das? Ich habe ja hier unten auch ein paar Menschen, ganz ehrlich, denen möchte ich nicht mehr im Jenseits begegnen. Also ich möchte auch nicht mit denen gewisse Dinge wieder klären müssen oder eine Frau hat mir geschrieben, hat gemeint, hey Pascal, bitte sag, dass ich meinen Ex-Mann nicht mehr sehen muss, weil wir waren jetzt vier Jahre im Rechtsstreit nach der Scheidung und mussten x-mal da zusammensitzen, diskutieren, bla 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 bla. Und ehrlich gesagt ist es jetzt einfach, wir sind jetzt geschieden, da haben wir eine Lösung vor Gericht gefunden, aber emotional sind wir da noch gar nicht geschieden und getrennt. Also sie hat sehr klar ausgedrückt, sie hat gesagt, wenn ich meinen Mann sehe, muss ich immer schauen, dass ich ihn nicht erwürge. Und ja, jetzt habe ich Angst vor dem Sterben, weil wenn ich den dann wieder sehe und dann noch die Ewigkeit vor mir habe mit meinem Ex-Mann, erstens mal habe ich keinen Bock darauf mich in der geistigen Welt auf eine Wolke zu setzen und jetzt da wieder von vorne beginnen mit dem ganzen klären und noch weniger Bock habe ich darauf, dem dann noch die Ewigkeit immer zu begegnen. Bitte sag mir jetzt, dass ich den nicht mehr sehen werde. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich nicht. Weil im Grunde treffen wir auf all die Seelen wieder in der geistigen Welt, die wir überaus geliebt haben, die uns sehr nahe standen, wo wir eine enge Verbindung hatten, aber, und jetzt kommt das große Aber, wir treffen auch auf alle die Seelen wieder, wo Dinge im Leben einfach ungeklärt blieben, also wo noch Hass dazwischen steht, wo Abneigung dazwischen steht, wo einfach viele Dinge noch da sind, die nicht geklärt sind, auf die treffen wir auch. Ja, weil es ja auch darum geht, unseren seelischen Wachstum voranzutreiben und da gehören natürlich auch Menschen dazu, die uns das Leben schwer machen, die, ja, da gehören auch negative Emotionen dazu. Also, ich sage immer, jeder, der mich aus dem Gleichgewicht bringt in meinem Leben, heute kann ich es meistens so sehen, heute gelingt es mir meistens, dass ich einfach sage, okay, da ist einfach nur ein Tester, der will nur schauen, wie sehr lebe ich das, was ich predige, bleibe in deiner Mitte, so, heute schaffe ich das meistens, aber natürlich gibt es einfach auch Menschen, die bringen einen total aus dem Gleichgewicht und ich kann schon verstehen, dass es auch einige Hörer da draußen gibt, die sagen, nee, also auf gewisse Menschen habe ich echt im Jenseits keinen Bock mehr. Was du dir bewusst machen musst, wenn du in die geistige Welt gehst, dann bist du erstens mal frei auch vor diesen krassen menschlichen Emotionen und das Zweite ist, du erkennst auch deinen Lebensplan. Das heißt, du weißt, welche Stationen du dir für diese Inkarnation ausgesucht hast, welche Lernprozesse, welche Erfahrungen, das weißt du dann alles. Du weißt dann auch von, zum Beispiel bleiben wir beim Beispiel vom Ex-Mann, du weißt dann auch, was sich dein Ex-Mann ausgesucht hat, was er lernen wollte und ja, du kannst auch sehen oder erkennen, warum zum Beispiel dein Ex-Mann so ist, wie er ist und warum du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Also, du hast einen ganz, ganz anderen Überblick. Und deswegen, wenn du in der geistigen Welt auf deinen Ex-Mann triffst, ist das nicht so eine Anfeindung wie hier unten, weil hier unten können wir auch lügen, ja. Hier unten sind wir auch gefangen von den Emotionen. Wir sehen oft nicht die Sicht des Anderen, wir sehen oft nur unsere eigene Sicht, vor allem, wenn es um destruktive Dinge geht. Wir steigen uns da oft auch in Dinge rein, die, ja, die extrem Überhand nehmen. Und in der geistigen Welt siehst du aber auch immer die Sicht von deinem Ex-Mann. Und wenn ihr da zusammenkommt, ist diese Klärung ganz leicht für euch, weil man erkennt dann eigentlich auch, dass da, ja, dass die Absicht oft dahinter nicht war, jetzt dich wirklich zu verletzen, dich schlecht zu machen oder dich irgendwie, keine Ahnung, auszunehmen, sondern dass die Absicht meistens eine ganz andere war. Weil die meisten Konflikte, wenn du mal wirklich hier im Leben Konflikte anschaust, also wenn ich hier im Leben einen Konflikt habe, dann sehe ich ja meistens nur meine Sicht am Anfang. Also das ist etwas, das mir ganz oft auffällt. Dann bin ich so in meinem Ding drin, gefangen in meinen Ängsten, in meinen Wünschen, in meinen Emotionen. Und manchmal, wenn es ein grösserer Konflikt ist, dann will ich auch mein Gegenüber davon überzeugen und ihm sagen, was er mir da vielleicht antut und wie das für mich ist. Und dann kommt die Gegenwehr und es artet dann immer einen Streit aus. Und oft ist es so, bestimmt hast du das auch schon mal mit deinem Partner erlebt, man streitet sich und es ist vielleicht auch mal heftiger und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt probiere ich meinem Partner mal wirklich zuzuhören. Jetzt probiere ich mal meinem Partner nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen, wie die Situation für ihn ist. Und mir geht es dann immer so, ich komme heute zum Glück immer sehr schnell an diesen Punkt, dass ich sage, okay, ich probiere jetzt zu verstehen, warum er oder sie so handelt, was die Absicht dahinter ist. Und ganz oft merke ich dann, im Grunde ist da selten eine wirklich bösartige oder negative Absicht, sondern da ist jemand total gefangen in seinen Ängsten oder einfach in so einem negativen Ding und ich und die Situation sind jetzt für ihn gerade eine Bedrohung und wie mehr ich probiere mich in seine Situation einzufühlen, umso schneller hat man eine Lösung für jeden Konflikt. Ich denke, du weißt ungefähr, was ich meine. Und in der geistigen Welt ist es genauso. Du wirst aber sofort erkennen, wie sein Weg zum Beispiel war, warum er was getan hat und so. Und vor allem wirst du auch erkennen, welche Dinge ihr euch einfach beide vorgenommen habt, um hier unten auf der Erde zu lernen. Also, ja, du wirst auf deinen Ex-Mann wieder treffen oder du wirst auf all die Menschen wieder treffen. Aber es wird nicht in der Form sein, wie wir es hier als Menschen hier unten erleben, sondern die geistige Welt ist auch ein Ort, wo wirklich die bedingungslose Liebe vorherrscht. Und es wird dir da ganz leicht sein, ihm zu verzeihen und vor allem wird es dir dort auch sehr leicht fallen, dir selbst zu verzeihen. Weil es ist ja auch ganz wichtig, probiere dir auch immer selbst zu verzeihen. Auch dir wieder bewusst zu machen, hey, auch du bist nicht perfekt. Dein Ex-Partner war es bestimmt auch nicht, aber auch du hast bestimmt gewisse Dinge gemacht oder einfach allgemein in deinem Leben schon gemacht, die nicht okay waren. Und meistens ist da ja nicht mal eine böse Absicht dahinter, sondern du hast einfach vielleicht aus Angst heraus gehandelt, weil du dich schützen wolltest oder ja einfach, weil du nicht zu einem Fehler stehen willst oder weil du einen blinden Fleck hast und das vielleicht einfach auch nicht erkannt hast. Also in den seltensten Fällen wollen wir wirklich mit Absicht jemandem schaden oder etwas Böses machen. Ich sage so, mit Absicht machen das die wenigsten Menschen. Natürlich gibt es gewisse Menschen, die sind sehr bösartig, also das muss man nicht schön reden oder die sind wirklich extrem und vielleicht haben die wirklich auch so die Lust, jemanden zu zerstören oder jemanden wirklich, ja da wirklich ganz, ganz schweres Leben zuzufügen. Aber man muss auch sehen, meistens sind das sehr psychisch sehr geschädigte Menschen. Also ich will das nicht entschuldigen, aber das sind gröbere Probleme und ich rede jetzt wirklich mehr von den Menschen, die psychisch und geistig stabil sind. Da ist es wirklich so, dass man, wenn man auch negative Handlungen macht, dass die Absicht dahinter oft gar nicht so schlimm ist, sondern dass das einfach aus Angst herauskommt und ja nicht, die Absicht ist jetzt wirklich dem Gegenüber wirklich zu schaden. Auf jeden Fall, ja du wirst auf deinen Ex-Mann wieder treffen oder auf Schwiegermutter oder auf deinen Chef oder so, wo du nicht in Harmonie bist. Deswegen ist das Beste, kläre es jetzt in diesem Leben. Also wenn du ihn wirklich nicht mehr sehen möchtest, kläre es, werde frei davon. Hör auf, dich immer wieder in diese negativen Energien rein zu versetzen. Vor allem meistens, ich finde es schon faszinierend, gerade bei Trennungen von Partnerschaften, wie viele Leute sich immer noch über den Ex-Partner aufregen. Hör doch auf, der ist in deiner Vergangenheit. Kümmer dich jetzt um dein Leben, beginne dein Leben zu leben und lass den sein. Hör auf da immer wieder zu schauen, was er macht, was nicht ideal ist, sondern konzentriere dich nur auf dich. Dann bist du frei. Wenn du aber das Gefühl hast, er muss sich ändern und vielleicht kommt da noch die Strafe und so weiter, dann ist deine Absicht im Grunde eigentlich eine destruktive. Also du tust dir das Ganze auch selber an. Hör doch auf, er wird schon. Jeder bekommt das, was er verdient am Ende, ein paar früher, ein paar später. Also konzentriere dich auf dein Leben. Aber in der geistigen Welt, und das ist eigentlich der Punkt, egal, auch wenn dir was ganz, 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 ganz Schlimmes passiert ist im Leben. Also auch, keine Ahnung, wenn du quasi Opfer einer Vergewaltigung wurdest oder Opfer einer großen Straftat oder vielleicht, ja, dein Kind Opfer von einer Straftat wurde, mache dir bewusst, du wirst wahrscheinlich wieder auf die Person treffen, aber es wird in einer ganz, ganz anderen Form sein. Und in der geistigen Welt bist du in einer absolut geschützten Umgebung. Und dort, auch wenn hier unten jemand ein Psychopath war als Mensch, seine Seele, ja, ist nicht psychopathisch. So, also das wird bedeuten, du wirst auf eine ganz andere Energie treffen, wie vielleicht hier unten. Und diese Seele wird erkennen, was sie falsch gemacht hat. Sie wird erkennen, was sie dir vielleicht für Leid angetan hat. Und das ist eine tiefe Erkenntnis. Es ist nicht einfach nur so, ja, ich habe es verstanden oder ich habe es kapiert, wie das oft bei uns Menschen ist, sondern es ist eine tiefe Erkenntnis. Und deswegen wirst du dort nicht auf einen Feind treffen, sondern da werden zwei Seelen aufeinandertreffen, die das leicht klären können. Ich hoffe, dass euch, ja, dass es, falls du dieses Thema hast, dass dir das einen anderen Blickwinkel gegeben hat, dass dir das auch hilft und probiert wirklich so viel wie möglich in diesem Leben zu klären. Das ist das Beste. Probiere dich frei zu machen von all den negativen Emotionen. Und ja, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Nächste Woche, immer am Mittwoch, gibt es eine neue Folge. Falls du Freunde hast, wo du denkst, hey, denen würde diese Podcast-Folge oder eine der vergangenen Podcast-Folgen auch gut tun, dann empfehle doch meinen Podcast weiter. Wenn du Anregungen hast, kannst du das gerne über Instagram machen. Da bin ich am meisten aktiv. Du findest mich auch auf Facebook, aber am meisten aktiv bin ich auf Instagram. Wenn du Vorschläge hast, was du spannend findest, würdest, schreib mir das. Auf Instagram kann man Privatnachrichten schreiben, man kann Kommentare hinterlassen. So, ich schaue mir das auch alles an. Ich kann leider nicht jedem antworten, aber ich schaue mir alles an. Ich freue mich, hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Und jetzt vor allem eins, enjoy this life. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020